Hallo ihr Lieben, hier ist Sabine und ich wollte mich heute mal von einem wunderschönen Strandkorb melden, der mich an die Leichtigkeit des Seins erinnert und mich dazu inspiriert hat, euch hier jetzt zum nächsten gratis online Webinar einzuladen, in dem es mir darum geht, dass ihr mit mir erleben könnt, das Spiel der eigenen Energie. Und in diesem Event, wenn man, geht es mir darum, ich werde am Anfang ein bisschen erzählen, was das mit der Energie auf sich hat, wie die Energie in unserem Körper wirkt und was sie für uns tun kann und warum ich das Ganze tue und warum sie zum Beispiel hilft, Stress abzubauen, warum sie hilft, sich beweglicher, gelenkiger, vitaler zu fühlen und die Konzentration und die Ausdauer zu stärken, Stress abzubauen, das Immunsystem zu stärken und einfach nur auch vitaler und leichter und schwungvoller durch den Tag zu gehen. Zudem hilft es auch beim Gewichts, Weight Management und ja, bringt gute Laune und vieles, vieles mehr. All das möchte ich mit euch in dem Event mit euch besprechen und freue mich, wenn ihr daran teilnehmen könnt. Das ist ein gratis Webinar. Wir fangen an mit ein bisschen Einführung und dann machen wir einige Übungen noch. Ich habe mich entschieden, für dieses Webinar eine Klasse im Sitzen zu machen, also ein Yoga auf dem Stuhl und ganz einfache Übungen, damit ihr selbst mehr die Energie spüren könnt, erfahren könnt. Ich habe hier einen Link gepostet. Wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr zu einer E-Mail-Adresse und den Link für den Zoom-Online-Yogaraum sozusagen, den braucht ihr, um an dem Seminar teilzunehmen. Also steht auch alles nochmal dann in der Beschreibung hier mit drin. Ich freue mich auf euch und ja, dass wir dann gemeinsam einfach das Leben leben, lieben und genießen können. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag von Herzen. Eure Sabine. Bye, bye.